Sie möchten Ihr digitales Bücherregal mit neuen Geschichten befüllen? Mit Ihrem E-Reader können Sie jederzeit und überall den Online-Shop Ihres Buchhändlers besuchen und neue E-Books kaufen und herunterladen. Tippen Sie dazu im Startbildschirm Ihres Tolino E-Readers auf Zum Shop. Stöbern Sie in den Kategorien oder geben Sie direkt den Titel eines Buches ein. Jetzt einfach auf Kaufen tippen und schon wird der gekaufte Buchtitel automatisch in Ihre persönliche Online-Bibliothek geladen. Sie sind unterwegs und haben Ihren E-Reader zu Hause vergessen? Kein Problem! Ihre gekauften Buchtitel stehen Ihnen dank der automatischen Synchronisation über die Tolino Cloud auch in der Tolino App zur Verfügung. Sie können Ihre Bibliothek auch manuell synchronisieren. Tippen Sie einfach auf die zwei kreisenden Pfeile oben rechts in der App. So ist Ihr zuletzt gekauftes E-Book in wenigen Sekunden auch auf Ihrem Smartphone verfügbar. Sie sind auf der Suche nach neuer Leseinspiration? Auf Ihrem Smartphone finden Sie in der Tolino App Empfehlungen Ihres Buchhändlers. Öffnen Sie hierfür die Startseite und klicken Sie auf Entdecken. Nun werden Ihnen spannende E-Books und Hörbücher vorgestellt, die auf Ihren Geschmack zugeschnitten sind. Jede Empfehlung können Sie in der App kostenlos Probe lesen oder hören. Gefällt Ihnen das E-Book? Bei einem Android Smartphone kopieren Sie mit einem Klick den Link in Ihren Browser und kommen so direkt zu Ihrem gewünschten Titel im Shop Ihres Buchhändlers, den Sie nun bequem kaufen können. Bei einem iOS Smartphone kopieren Sie mit einem Klick die ISBN und gehen über den Browser auf die Seite Ihres Buchhändlers. Dort können Sie in das Suchfeld die ISBN einfügen und gelangen so zum gesuchten Buch. Öffnen Sie dann wieder Ihre Tolino App und Ihr gekauftes E-Book oder Hörspiel steht Ihnen automatisch in Ihrer Bibliothek zur Verfügung. Wussten Sie schon, dass Sie E-Books auch über den E-Reader mobil kaufen und herunterladen können? Sind Sie auf Ihrem E-Reader bei Ihrem Buchhändler angemeldet, können Sie deutschlandweit auf über 4 Millionen Hotspots der Deutschen Telekom zugreifen. So können Sie, egal ob mit E-Reader oder App, auch unterwegs neue Geschichten entdecken und in Ihnen versinken.